Oh, 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 jetzt kommt er mit Pfeilen. So, kurz chillen. Er beschwört Wölfe, aber dadurch, dass ich fliegen kann... Oh Gott, jetzt hat er mich mal geschlagen. Mist. Heyo Leute und herzlich willkommen zurück zum Minecraft Mark. Heute in dieser Folge werde ich es versuchen, mit dem Honored Huntsman aufzunehmen. Und, ähm, ja, ich weiß nur nicht wo. Ähm, ich brauche irgendwo einen Platz. In der Hölle nicht, das sind mir viel zu viele andere Mobs. Ähm, ich brauche... Ich muss weiter weg. Gegen eine Höhle oder sowas in der Art, ich weiß nicht. Gucken wir einfach mal in diese Richtung. So. Äh, was ist das da hinten? Hat da jemand eine Quarry aufgestellt? Oh Mann, ich bin voll aufgeregt. Der ist bestimmt mega, mega krass einfach. Dieser Boos. So, okay, die Quarry, die ist im Wasser, so wie es aussieht. Oder war im Wasser. Ist die noch da? Was ist das da überhaupt? Ja, okay, die ist im Wasser, so. Ich brauche irgendwas. Irgendeine geniale Taktik. Denn mit diesem Horn rufe ich den ja zu mir. Da sage ich, hey, Kollege, ähm, ich bin jetzt bereit, äh, mit dir zu battlen. Aber, das bin ich, glaube ich, bei Weitem noch lange nicht. Ähm, gehen wir schlafen? Ach, ich kann nicht sleep in Wolfsform. Ach, ist mir eigentlich auch... Obwohl, dann sind die Mobs weg. Warte mal. Was wäre, wenn ich in so eine Höhle da unten reingehe? Und den Dotspawn, ne? Ey, ich habe so mega Schiss, gell? Vor allem, ja, will ich den... Warte, ich muss mich in Normalform machen. Weil dort mache ich den Schwertschaden. So, gehen wir mal hier rein. Gucken mal. Okay, hier, ja, hier war ich ja mal und habe alles überschwemmt. So, wir gehen jetzt mal hier hin. Brauche das hier. Und ich grabe mich mal in diese Richtung. So, hier rein. Ich brauche jetzt keine Erze oder sowas. Ach, jetzt habe ich ja... Oh, kacke, jetzt habe ich die hier. Egal, jetzt, ähm, das ist ein bisschen döf. Ein bisschen döf. Ja, auf jeden Fall. Ich brauche Fackeln. Fackeln wären jetzt genial. So, dann gehen wir kurz hoch. Holen uns kurz das da. So. Und holen uns kurz Holz. Dann mache ich Fackeln für euch. Das mache ich jetzt nur für euch, dass ihr was sehen könnt. So. So. Und zack. So. Und padam. So. Ich mache euch jetzt Fackeln. Vier Stück. So. Denn in dieser Höhle da unten wird es jetzt gleich, ähm, brutal. So. Dieser Boss, der hat es in sich. Ich werde wahrscheinlich sowas von dermaßen drauf gehen. Ähm. Das wird einfach nicht mehr schön. War das hier? Ja, hier war es. So. Okay, ich stelle jetzt dort hinten erstmal eine Fackel auf. So. Denn hier kommt er garantiert nicht rein. Ich weiß gar nicht. Ähm. Ich mache jetzt hier mal Platz, um ihn zu spawnen. Mit dem Horn rufe ich den ja zu mir. So. Ich hoffe, der wird hier reingespawnt. So. 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 Okay. Das wird, Leute, es wird nicht schön. So. Bin ich mir ziemlich sicher. Ich mache hier ein bisschen mehr Platz, um ihn zu spawnen. So. Und, Leute, jetzt ist es soweit. Und. Karp. Oh, Kacke. Oh, Kacke. Wo ist er jetzt? Taucht er auf? Oder braucht er Platz? Hallo? Hallo? Okay. Jetzt ist das Horn weg. Aber wo ist der? Wow. Wo? Wo ist der? Da unten. Was macht denn der Jockel da unten? Mein Freund. Ich habe dich woanders beschworen. Aber ich glaube, das juckt dich nicht sonderlich. So. Okay. Ähm. Okay. Er hat einen Wolf beschworen. Jetzt mal gucken. Ich kann ihn von hier oben. Oh, Gott. Au. Jetzt hat er. Mit Pfeilen kann er mich locker killen. So. Oha. Leute, den kriegen wir. Ja. Oh, oh, oh. Jetzt kommt er mit Pfeilen. So. Kurz chillen. Er beschwört Wölfe. Aber dadurch, dass ich fliegen kann. Oh, Gott. Jetzt hat er mich mal geschlagen. Mist. So. Komm. Aua. Kurz chillen. So. Au. Au. Kacke. Oh, Mann. Oh, oh. Hör mir auf mit deinen Pfeilen, du. Ich muss mich jetzt erst da ein bisschen racken. Rackt er sich auch? Oh ja, der rackt sich ja auch. Aber da kriegen wir bestimmt noch was hin. So. Der muss da in die Ecke gedrängt werden. So. Ich mach mal kurz hier so eine Art Plattform. So. Okay, wir kriegen das hin, Leute. So. 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 Von hier dürfte er mich nicht treffen, ne? So. Und dann machen wir das einfach mal. Pam. Pam. So, komm. Komm. Los, 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 los. Ja, 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 ja. Wir machen den jetzt. Wir machen den jetzt. Komm, 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 komm. Aua. Los, 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 los. Ja. Komm. 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 Den kriegen wir. Den kriegen wir. Den kriegen wir. Oh Gott. Oh, oh. So. Komm, wir haben den gleich. Aua. Mist. So. Oh, Mann. Der soll jetzt kommen. So, Achtung Pam So, und Kacchan Ja, 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 ja Wir kriegen nicht, wir kriegen nicht, wir kriegen nicht, wir kriegen nicht Und er ist tot Yo, hi Wir haben ihn So, und jetzt noch die Hunde Oh Gott, wow, fliegt bloß hoch Oh Gott, wie viele Hunde sind denn das Oh Gott Aua Hunde, nein So So, der ist weg So, einmal Und jetzt noch der da So, die Hunde hätte ich So, oh Gott Was hat denn der alles getroppt So, komm, komm, komm Oh Mann, jetzt noch das da So, okay, und jetzt nach oben Und dann gucken wir uns mal den ganzen Loot an Yay Megamäßig, Leute Wir haben den Honored Huntsman gekillt Und er hat getroppt Dämonik Blut Zwei Witter Skelett Köpfe Und Oh Gott Hä, der muss noch was droppen Der braucht Oh Gott Warum hat er das nicht getroppt Oder hat er es getroppt Und es ist nirgends Ist vielleicht hier runter noch gefallen Komm schon, komm schon, komm schon Ich brauch das Ich brauch das Speer Verdammt nochmal Kacke, ne Ähm Smite Was ist Smite Warte, ey Ohne Witz Ne Was hat denn der gesagt Warte mal hier The Huntsman lies on summon him Lance killing blow Hä Der Ich brauche von dem Der Speer Nur wo ist das Der müsste dieses Speer droppen Eigentlich Rein theoretisch Ey Wenn das jetzt irgendwie weggepackt ist Oder so Ist hier rein was getroppt Das ist nur das Miest Okay Wir versuchen es mal Wir gehen jetzt mal zu ihm hin Ich hab den auf jeden Fall getötet Und normalerweise Droppt der Typ Ein Speer Ach Gott Es ist mir zu dunkel Machen wir hell So Indem ich Wow Zur Wolfsform übergehe Ach was Warte Ist es in meinem Inventar Die Rüstung Hä Wo ist die Rüstung hin Ist sie jetzt hier getroppt Ach kacke Ne 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 Du Habe ich jetzt meine gesamte Rüstung verloren Oh Oh Mist Das habe ich ja immer vergessen Dass ich als Wolf keine Rüstung haben kann Okay dann habe ich die Rüstung schon Vor langer Zeit verloren Ja gut Jetzt versuche ich mich Dran zu erinnern Dass ich das immer wieder Ausziehen muss Ich dachte die droppt automatisch Ins Inventar Die Rüstung Weißt du Von hier Geht das die wieder zurück geht Aber Dem ist wohl nicht so Ne So Tschuu Miau Wui Und Dena spielt wieder So Ähm Ich gehe jetzt mal kurz zum Wolfsaltar So Ähm A mighty champion Defeated Standing tall The victor The beast Is fully awoken Hunt Now On two Legs Or four Ach cool Warte mal Hä wie kann ich auf Ähm Auf zwei Beinen gehen Wie kann ich das machen Wie geht das Warte mal Hier Build powerful muscles To smash your prey Leap at ten monsters And from the air Slay Hä Warte mal Ich will jetzt erster wissen Jetzt muss ich das Viki aufmachen Das interessiert mich jetzt nämlich Ähm Witchery Ähm Wolf Ich will auf zwei Beinen laufen Wie geht das Ähm Moonscharm Vielleicht muss ich das da mitmachen Ne Ein neues Moonscharm Also nicht mehr das da Ähm Wir machen das da Oh Lol Was ist jetzt passieren Warum habe ich mich zurück verwandelt Ich habe das doch gar nicht aktiviert Ich will auf zwei Beinen gehen Warum geht das nicht Mist Ich müsste jetzt eigentlich auf zwei Beinen gehen So wir machen mal ein neues Moonscharm Äh Gold habe ich ja keins Äh Gold So Oh doch wir haben hier Gold So Eins Zwei Drei So Ähm Pulverreißer Wo ist denn der Ach Early hat mir den da abgebaut So Pulverreißer Okay 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 Dann hauen wir das da rein So Oh mein Gott Und das hier ist der Redstone Furnace Okay So zwei Und nochmal zwei So Und dann kommt das hier in den Furnace rein So Und dann wird das hier gebraten Und dann machen wir uns mal ein neues Moonscharm Vielleicht können wir mit Hilfe des Moonscharms dann Äh Auf zwei Beinen gehen Weil äh Der hat mir ja gesagt Der Typ Also der Wolf Ähm Dass ich auf zwei Beinen laufen kann Und das will ich jetzt herausfinden Wie das wohl geht So Da hinten ist der Wolfsaltar So Do not lose it again Okay hier haben wir es All right So Warum Kann ich nicht auf zwei Beinen laufen Er hat hier gesagt Is fully Awoken Hunt now On two legs Or Four Okay Ähm Curse of the Wolf Trapped Wolfman Ja ich will ein Wolfman Is a villager Blablabla So Wolfform Wolfman Form Steht jetzt hier Ähm Ab wann Kill For Wolf For Wolf From Wolf But Wolf But a wolf Wolfform Gains to ability Ability A player can bla 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 gez Ee Allchs An возможно member th�� conosco Everyant country new ability and increases the basic stats of existing abilities on full moon and returns to human bla 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 wolf form da steht dass ich in wolfman player can now additionally ah jetzt habe ich herausgefunden oh gott das wird jetzt witzig sneaken und es benutzen ich bin ein richtig cooler werwolf okay jetzt können wir den mal erschrecken so den ich bin ein werwolf hallo ich weiße dich dreh dich um achtung bitte dreh dich um das sieht so cool aus ich bin ein werwolf ich will ihn erschrecken ich will ihn erschrecken ich will ihn erschrecken geht das geht das warum ist er nicht da oh man dena ich will irgendeinen erschrecken ich will irgend jemanden erschrecken ich will jemanden erschrecken debitor look at me look wo bist du ich bin grad voll happy ich komm raus hallo hi hi hallo hi wuff wuff hier 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 ich feier grad voll ab au 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 das ist der hammer ich bin ein werwolf das ist der hammer ich bin ein werwolf yo ho leute das ist der hammer ich kann nicht mehr ich komm darauf gerade gar nicht klar das ist so cool leute ich bin der coolste werwolf aller zeiten das ist so toll das ist so toll ich habe alles erreicht in meinem leben oh wie cool ich bin ein werwolf der einen apfel frisst so oh mein gott oh warte warum kann achso kann ein werwolf etwa kein apfel essen aha deswegen tropft das tropft immer wieder ich kann keinen apfel essen ja mensch das ist ja weltklasse wo ist mein schwert hin kacke ne jetzt habe ich mein schwert verloren aus irgendeinem grund kann ich das nicht mal aufsammeln achso ich kann ich gar nichts in der hand halten achso ich muss wahrscheinlich so rumrennen aha okay jetzt haben wir was herausgefunden aber das ist trotzdem toll wo ist mein schwert jetzt hin kacke wo habe ich das getroppt oh man warum ist das schwert jetzt weg so egal was sagt er mir jetzt slay tan from the air was bitten from the air was bitten was ist damit gemeint warte mal wir greifen mal kurz was an ne schafe sind da hinten ich will jetzt kurz wissen was damit gemeint ist entweder fledermäuse alter ist das cool ne alter das schwein war one hit ist das nicht cool das ist doch der hammer aber warum tropft es immer raus warum werden meine sachen nicht getroppt oder warum warum werden meine sachen getroppt das frage ich mich jetzt jetzt muss ich mal kurz was gucken ob das zählt als kill from the air was bitten was ist damit gemeint schreibt es mal in die kommentare oh man das würde mich jetzt brennend interessieren hä warum immer wenn ich in diese richtung gucke ey das ist cool und guck mal meine herzen an das ist der hammer ich brauche jetzt irgendwelche monster die ich töten kann ich brauche jetzt irgendwas dener steht immer noch da ich brauche irgendwas ich brauche irgendwas wo ich wissen kann irgendwelche monster oh und wie hoch ich springen kann so ich bin ein werwolf ich kann nicht mehr ich kann nicht mehr ey Leute das ist so cool das ist richtig gefährlich ja ein wer zu dem wolf wolf so wo ist das schwein da run hit so okay das wird jetzt nicht getroppt ne ah da ist irgendwo ein skeleton warte hier drin vielleicht mal gucken wieviel schaden macht mir das was okay okay da ist doch kein skeleton hä wo ist das mir wurde gerade eins angezeigt naja da hinten ist ein zombie ach so und jetzt nicht mehr okay dann wird es wohl irgendwo hier drin sein in so einer Höhle um die Seite oh man oh man Leute ich kann ich kann einfach gerade nicht mehr ich feier gerade so hammerhart ab das ist unglaublich so ein creeper bitte ach da gehts rüber da gehts rüber oah nö der hat jetzt boom gemacht so okay wir gehen mal nach unten ne aber guck mal der hat mir kaum schaden gemacht so ähm ich stell mich mal kurz da rein und guck mal macht mir das viel schaden oder wenig oh ich muss zu wenig ich muss zu wenig ich muss zu wenig ich muss zu wenig war ich muss zu wenig ich muss zu wenig ich musst zu wenig schnell 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 los 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 warte wo ist der der ist dahinten so hi warte mal er hat glaube ich noch den Start Lag so ey ist das Leute komm Da könnt ihr mir nichts anderes erzählen Das ist einfach Hammer Mal gucken, wann seht er mich Guckt mich an Hallo Hi Bin ich noch in Werwolf-Form? Er hat mich nicht gesehen Guckt mich an Ich bin ein Werwolf Warum killst du hässlich an meine Kuh? Bin ein Werwolf Ich darf das Au Ich beiß dich Dann wirst du auch einer Das ist so toll Das ist so toll Leute, okay Die Folge habe ich jetzt eh schon überzogen Aber Leute Schaffen wir tausend Likes dafür Wir haben Wir haben Leute Wir haben in dieser Folge Haben wir Den Honored Huntsman getötet Und wir sind zu einem Werwolf geworden Daumen hoch Und bis zum nächsten Mal Tschüss Ich vermute